Musik 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 Ohle, ich kaufe mir einen Mule Kick und... Mäh... Doch man, drei Waffen haben... Boah, episch... Das mache ich jetzt mal... Okay, dann... Pantsch... 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 Später... Ja... Okay, lass mal nach dem Ding gucken... Ja... Ey, es leckt schon wieder so... Wie es leckt, dann ist eine CPU vielleicht auch voll ausgelastet, genau so... Warum denn? Warum soll das irgendwie im Spiel? Ah, man hat automatisch eine Idee seit Igel... Ja... Man hat vier Waffen dann... Was ist noch? Ich habe jetzt die, äh... Stoner... Ja... Der ist ein Igel... AK-47... Ja... Und die Anfangswaffe, die M9... Okay... Geil... Das ist mal saugeil... Was soll ich tun? Warte mal... Ähm... Ich guck mal am besten nach unter den Links, oder? Soll ich nachgucken? Wo nachgucken? Weil bei... Auf der Seite... Äh... Ja... Wenn du den Samen grad nicht hast... Warte... Ja... Kann ich dir mal holen, bitte? Ja, warte... Komm einfach zu mir... Ja... Ich bin... Ich bin... Ja... Mal nicht so schnell... Also... Ja... Da vorne... Okay... Ich bin hinter dir... Ja... Warte... Ich suche gerade noch die kurze Kiste... Ich... Ich... Ist er hinter dir? Wer ist der chest? Mann... Ey... Hol doch... Scheiße jetzt auf die Kiste... Und hol doch den Dings da... Ich will nachgucken... Ah... Ich weiß wo's ist... Warte... Warte... Ich nehm ihn gleich... Ich gehe jetzt zu Doktor... Zu... Um... Dir schlaure... Dann... Wir sind... Haben wir... ... Hm... Was ist denn das... Oh, das ist voll mit... Ah, mein Gott, also... Oh, ich lebe... So... Von... 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 ich hab' einen Caller ich hab' einen Caller ich hab' mal Kompon Karabiner gut welches? also meinst du empfehlen ich hab's einfach vier Waffen hab' ich man also wenn noch einmal wenn noch einmal ich sagen soll das Bio-Kick braucht man nicht dann stimmt es nicht hm ich hab' noch mal geschrieben komm COM 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 o agua Iss Tums im Max D D D 9% den Kohl erhält sich und Prozent Mann da das 9 um die ich hab jetzt 8 Perks sind es alle oder gibt es immer Perks? Ich glaub das sind alle der einzige Scheiße ist es keine Degart hier keine Bilder die muss vergessen rein zu machen ja dann komm bitte nachgucken wo die warte was ist der korn halt Nz so schnell komm komm es sucht einfach mal auf der Karte hier warte ist das die map? Ah, guck, hier ist es auch das SOS jetzt Wo? Hier Bei mir Ey, es gibt Cola Hier oben Kannst du was machen? Au Guck mal hier Siehst du? Was kommt da? Ey, egal, vielleicht kann man da irgendwie hochgehen Probier's mal kurz Hä? Keine Ahnung Das soll noch mal gucken, ob SINGO es gibt Ja, wie... die Map kann da jetzt nicht weitergehen Also, sie geht eben weiter Ja Das gibt's so wahrscheinlich kein Endgame Ich muss dran gehen gehen Warte mal Komponente, das ist sie doch Ähm, has black, has black of talks Ein Objekt und Ein Objekt und Es sei ein Ding Warten 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 Juck bauen Warte Warten 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 Schuhe. Ah, das ist ja für einmal langsam geworden. Ah, perfekt, der backt. Der backt im Gras fest? Wie geil. Ich kann das gleich. Das geht nicht. Da kommt nicht das Gras durch. Geil. Ich erlöse dich mal Nein Ey, jetzt hätten wir echt runtergehen können Und gucken können, ob da was ist Hab ich doch geguckt Ja, nochmal Keine Ahnung Jetzt nix, sind verarsche Was mach ich eigentlich Campen? Hm, na komm Als im hohen Gras kannst du nicht so gut überleben wie hier was P90 Musst du mal die Charakter testen? Ja, alles nicht gut Ich test lieber die P90 So komm, ich bin endlich gut, was total einfach ist Hm Oh, warte Schieß mal kurz Oh, geh mich runtergeschubst Webst du noch? Ja Ich war grad am Nachwanderen, aber da kommt einer von hinten Volltruppeln Und genau, sie war eben nicht beast mode In, 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 in Ich empfehle dir mal einen Mule Kick zu holen Ja, hol ich mir Gleich Dann bekommst du die Waffe Okay Okay, warte, lass mich Runterspringen Boah, ich hab aber beide angeschossen Hm Los bei deinem Leben Naja, muss doch noch irgendwas geben Ich geh's durch Fenster Hab's geschafft Naja ... Ja Ach, da is Mule Kick Ja, da sind die 90 und die in deinem Bruder da. Passt. Ja, aber wie, wie kann man, wie können wir hier weg? Endgame? Frag ich mich auch. Biss im Bug. Wie? Vielleicht steht noch irgendwo ein bisschen Part oder so irgendwie was. Guck halt mal. Hm. Irgendwo muss da noch irgendwas stehen. Ich weiß es nicht. Das kann ja nicht sein. Giv ab. Willst du noch mal runterfahren und gucken kurz? Ja, kann ja, aber bringt ja bestimmt nichts. Ja, machst du? Ja, komm, mach ich. Hm. Also. Hm. Okay, gehst du? Ja. Warte, warte. Ich komme nicht über das Ding, aber doch. Kann doch abschießen. Wo ist der? Ja, ne, 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 ne. her soll das den ständigen aber wenn ihr Runde kommen würden irgendetwas sogar wenn man von Montag aufs einzelne Astronauten einbauen würden ist doch nicht was nix das nächste genau nicht wieder hochgefahren es ist wirklich nichts unnötig bis noch unten ist oder was ja ich bin unten kaufte mal die MP5 vielleicht vielleicht kommt dann was weil es uns bei dir nicht da unten hab ich mir gekauft nix nix ach sie backen jetzt wieder nix nix Nix. Ah, jetzt kommt es raus auf einmal ein paar Stück. Pisst euch. Ey, will ich einen überhaupt festhalten. Machen wir mal eine Stoners dafür. Was? Ach nein. Ich komm nicht weiter. Ja, es ist verkackt. Okay, Endgame geht irgendwie wahrscheinlich nicht. Aber ich hab nur drei Schläge abbekommen. Was ist denn? Kann ich mit der Wetten? Oder wie? Was ist Wenden? Oder was? Warte mal. Ja. Ach, schießen wir das jetzt. Alter, dreht mal, dreht man mich wieder zu gucken. Guck mal. Langsam. Ach so. Gibt's irgendwas. Gibt's irgendwas. Ja, guck mal da vorne im Fahrstuhl. Ich hab keine Ahnung. Kannst du da nicht rufen im Fahrstuhl? Geh das ehrlich nicht, ich probier's mal. Nein. Ich muss den rufen. er könnten jetzt schon mal bis alle gestorben sind aber was bringt es auch wenn es kein endgames gibt ich probiere jetzt was aus der piech die flopper ja wenn das jetzt wenn es geht ich lebe ja bei mir ist immer noch eine granate gezogen ich habe immer noch eine granate gezogen kannst du jetzt gar nichts mehr machen doch wir werden helfen zwei granaten glück dann müssen wir jetzt warten ja das bringt es ja nicht mehr na gut da war die ganze Zeit meine Fahrstuhl wenn er runterkommt bleibt einfach mal da stehen okay ich bin bei dir gespawnt er kommt runter ja 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 wir haben gemacht ja ja er hat mich drin fest ach komm 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 ne 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 das ist irgendwie anders jetzt fang ich wieder hoch wenn ich sie wieder davon davor gehen würde hä äh ok also ich kann mich nicht bewegen schon komm ich zieh ne granate die kommen schon die kommen schon die kommen schon ah ja ok also endgame entweder wir haben es nicht geschafft oder es ist einfach nur zu blöd dazu kann auch sein ja das geht ok dann bis zum nächsten Mal schlad eucher ok halt rein 2 3 5 6 6 7